Franz Beckenbauer, seine letzte Ruhestätte ist ganz nahe bei Sohn Stefan. Die Welt des Fußballs stand still, als vor wenigen Tagen bekannt wurde, dass Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren verstorben ist. Der gebürtige Münchner prägte nicht nur als erfolgreicher Spieler den Ballsport in Deutschland, sondern später auch als Trainer und Funktionär. Nun wird der Kaiser in seiner Geburtsstadt auf dem Münchner Friedhof Perlacher Forst beigesetzt. Franz Beckenbauer, Beisetzung im Familiengrab Franz Beckenbauer wird wohl schon an diesem Freitag beigesetzt, wie nun Bild nach eigenen Recherchen berichtet. Laut Informationen des Boulevardplatz wurden auf dem Friedhof Perlacher Forst bereits Trauerkränze angeliefert und das Grab für die Beerdigung ausgehoben. Das Gelände soll von Sicherheitspersonal bewacht sein. Es ist das Grab, in dem auch seine Eltern, Antoni und Franz, beerdigt wurden. Doch nicht nur die Eltern der Fußball-Legende haben an dem Ort in München ihre letzte Ruhe gefunden. Auch Franz Beckenbauers Sohn, der 2015 verstarb, liegt dort begraben. Stefan Beckenbauer verstarb im Alter von 46 Jahren an einem Gehirntumor. Ein Schicksalsschlag, von dem sich Franz Beckenbauer nie ganz erholte. Nun wird auch der ehemalige Nationalspieler an diesem Ort beigesetzt, ganz nah bei Sohn Stefan, der schräg gegenüber sein Grab hat. Auf dem auf Italienisch steht, Grazie dei esistere, zu Deutsch. Vielen Dank, dass es dich gab. Wo Franz Beckenbauer vor rund neun Jahren von seinem geliebten Sohn Abschied nahm, müssen Ehefrau Heidi und seine Kinder Thomas, Michael, Joel und Francesca nun auch Lebewohl sagen. Ein Abschied, der sicher nicht leicht fällt. Sohn Abschied, der sicher nicht leicht fällt.